Das war ein großer Mist gegen Hamburg. Ich bin so unzufrieden mit... Oh, hallo, Bild. Mein Name ist Louis van Gaal. Ich bin der hollenische Trainer von Bayern. Wir haben gegen Hamburg 0-1 gekommen. Dortmund gegen Schalke 0-1 auch. Und Köln gegen Bayern 04 Leverhausen ist auch verloren. Aber das da, das ist der Böse. Weil er hat dem Tor den Pass gegeben. Aber meine Philosophie ist nicht falsch gewesen. Ich zeige nochmal, guck mal. Das hier, das ist unsere Abwehr. Das ist Käse. Das ist von Beuthen, das ist Breno. Und das kleine ist Badstube. Ich habe extra Emmental genommen. Weil Emmental hat viele Löcher. Diese kleine hier, das ist Lahm. So, Nationalspieler. Im Mittelfeld ist alles voller Gurken. So, das hier ist Timos Zug. Er ist noch nicht angekommen. Und vorne haben wir mit diesem Balkankäse gespielt. Olitsch. Dann Ribéry und Robben. Auch Gurken. Ich habe dann in die zweite Hälfte gewechselt. Ich habe ihn rausgenommen. Und habe ihn hier gebracht. Die Wurst. Das ist Gomesch. Schau. Und das da drüben. Das ist unsere Bank. Das sind alles Flaschen. Die sind sehr, sehr teuer. Aber die sind alle, wie man sieht, alle leer. Schau. Käse in der Abwehr. Gurken in dem Mittelfeld. Und eine Wurst vorne drin. Damit werden wir den Champions League gewinnen. Das verspreche ich. So weit ich Holländer bin. Und der hier. Das ist Klause. Den habe ich sowieso gefressen.